Wie schwer ist denn eigentlich der größte Dinosaurier? Ungefähr 90.000 Kilo. Und was ist noch so schwer? Ein Passagierflugzeug. Und was ist noch so schwer? Die Lebensmittel, die jeden Tag in Niederösterreich weggeworfen werden. 90 Tonnen weniger Restmüll am Tag, allein in Niederösterreich, bei richtiger Lebensmittellagerung. Informationen zur Lebensmittellagerung unter www.umweltverbände.at